Das war die Flamme, da war die Dämpfer. Für die Leiterzeit! So eine Füri ist ein Offen. Und das fünfte Tau gegen die Nummer 7, wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Die sind so blöd im Froschiris, aber so dumm! Schiri nach Gabensee! Die sind so blöd im Froschiris! Die sind so blöd im Froschiris! So blöd im Froschiris! Die sind 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 so blöd im Froschiris! Top 10 Licht, Bödesatz an RTC. Zwei Punkte, der Schuldenassist hat Nummer 32, Edmar Tönder. Die Fass! Die Fass! Die Fass! Und der Spielerwechsel von Martina Dover kommt mit dem Acht, Rebecca Tose. Die Best! 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 Drittes Raul gegen die Nummer 5. Alle drei Teiler. Und Spielerwechsel. Neue Spiel für Sveni Brückhaus mit Nummer 15. Trainer Ass. ... Wir sind eine weiße und bad-lady. Fünfzwei, Inrika Thorsen. Die Best! Die Best! Tuna Steig, Fünfzwei. Die Best! Die Best! Die Best! Die Best! Die Best! Zwei Runde für die Nummer 11. Tuna Steiger und Vonderfelder. Sekretär Hüi-Bretter! Torbose! Wie sind Sie alle? Liebe Zuschauer! Der Nachtisch findet heute hier in der Fahrtwehrhalle statt. Ich hab das vergessen durchzusagen. Also sitzen bleiben, machen spielen. Der Nachtisch. Interviewrunde vom Fanclub. Hier heute in der Fahrtwehrhalle. Wir probieren das mal aus. Ihr könnt also sitzen bleiben hinten am Ausgang zum Sportplatz. In der Halle. Der Nachtisch. Okay, der mit meinem tief. So? Der geht halt. Und das war's, liebe Zuschauer, das erste Halbspiel der Saison 13-14 gewinnen. Die Massenbote 80 zu 62. Vielen Dank und jetzt nicht vergessen, hier der Nachtisch, die Interviews.